...pardon, am vierten Platz, knapp hinter dem Franzosen Patrick Perrard. Er trainiert in Dresdburg bei Frau Mudra, einer ehemaligen Österreicherin. Seine Musik ist von Aubert und Offenbach. Doppelabbruch. Drei-Facher Seinschorf. Doppel-Loop. Doppelabbruch. 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 Musik Doppelter Tollup Musik Doppelrich Berger Musik Doppelrich Berger Doppelrich Berger Musik Musik André Neppeler kämpft natürlich jetzt um den dritten Platz, um den Begehrtenplatz an Stockern. Musik Im Vorjahr war er ja schon dritter. Heuer, wie gesagt, liegt er nach der Pflicht am vierten Platz und zwar mit vier dritten Plätzen gegen Perra, gegen den Franzosen, der fünf dritte Plätze. Also es ist knapp, es ist noch immer die Möglichkeit, dass André Neppeler seinen dritten Platz erfolgreich verteidigt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wasserfleisch? 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 Und René Pilar kann mit einer Leistung wirklich sehr zufrieden.